Okay, wir wollen heute ein bisschen über Zeit nachdenken und wie wir mit Zeit umgehen und wie wir mit Zeit vielleicht cleverer oder smarter umgehen. Und wie immer kommt eine Unterscheidung, die Ihnen hoffentlich dabei hilft. Also, wir alle kriegen mit, da draußen tobt ein Krieg. Es ist schneller, höher, weiter angesagt. Wir sagen ja immer Tempo, Komplexität, Transparenz zerren an uns. Wir wollen alles perfekt hinbekommen und was machen wir? Wir brennen aus. Es ist ein bisschen, es ist heftig da draußen. Wie können wir klüger damit umgehen? Nun, in den Coachings kriege ich immer wieder mit, die Leute sagen, ich bräuchte mehr Zeit. Und da frage ich ja, was meinen Sie damit? Ja, der Tag hat zu wenig Stunden oder ich habe zu wenig Zeit. Dann kommt der Satz, ich habe zu wenig Zeit. Denken Sie mal darüber nach, wenn Sie dem Leben sagen, permanent, ich habe zu wenig Zeit, dann sagt das Leben irgendwann mal, ich gebe Ihnen recht. Oder Sie sagen, was muss passieren, dass ich in der bestehenden Zeit die Effektive nutze, um Belastung und Erholung hinzubekommen. Das ist aber eine ganze Frage. Das sagen die Leute. Sie sagen, ich habe zu wenig Zeit. Ganz gefährlich. Anstatt zu sagen, was muss passieren, dass ich klüger, smarter und cleverer mit Zeit umgehe. Und das wollen wir uns mal angucken. Also, nicht schneller, höher, weiter da draußen. Vorsicht, sondern flexibler, klarer, tiefer. Also eine Reduktion. Und wie können wir das auf Zeit projizieren? Also, es gibt einmal die Zeitqualität. Und dann gibt es die Zeitquantität. Und das müssen wir verstehen. Die Griechen haben sogar Kairos und Kronos gemacht. Der Chronograph, der Chronograph, Sekunde, klack, klack, klack. Das ist kein Unterschied. Aber Kairos ist die Gunst der Stunde. Das ist schon mal eine schöne Unterscheidung. Das Timing, wann ein Fenster aufgeht und zugeht, auch eine schöne Unterscheidung. Die Zeitqualität heißt einfach, dass wir die Stunde, die Intensität pro Zeit pro Stunde intensivieren. Das heißt, dass wir die Wirkung pro Stunde erhöhen. Weil die meisten gehen hin, anstatt acht Stunden machen sie neun Stunden, zehn Stunden, elf Stunden, zwölf Stunden, wenn sie selbstständig sind. Anstatt fünf Arbeitstage, sechs oder sieben Arbeitstage. Das heißt, sie tun das Gleiche mit höherer Schlagzahl. Und was passiert? Sie werden erfolgreicher durch die Quantität der Zeit. Aber irgendwann mal kommt man ans Limit und dann wird man platt. So einfach ist es. Und das Gleiche zu tun und bessere Ergebnisse zu erwarten, ist eine Definition von was? Von Dummheit. Also müssen wir nicht lernen, mehr Zeit zu arbeiten, sondern die Intensität pro Stunde erhöhen. Die Effektivität pro Stunde. Und dazu müssen wir uns transformieren als derjenige, der mit Zeit umgeht. Und das geht über Intensität. Wenn Sie das interessiert, ich kann Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, sich mit unserer Stehaufreihe auseinanderzusetzen, dass Sie diese Intensität an Zeit erlernen. Wir haben einmal die Möglichkeit im Umgang mit Selbstverantwortung oder Entscheidung und Werte. Da ist immer irgendwas dabei. Also das wäre die Aufgabe für die nächste Woche. Überlegen Sie mal, wie Sie die Zeitqualität, Ihre Intensität, die Wirkung pro Stunde erhöhen und nicht unbedingt die Schlagzahl erweitern, sondern pro Zug mehr Wasser verdrängen, anstatt Hängtisch rumzumachen. Das hier ist schneller, höher, weiter. Da sind wir am Limit. Wir sind am Anschlag. Mentale Gesundheit ist ein Riesenthema. Geht nicht nur um Erfolgreich sein, sondern erfolgreich erfüllt und auch mental gesund. Das ist die Schwierigkeit. Und die Zweitqualität heißt, dass ich die Zeit besser nutze. Und das ist flexibler, klarer, tiefer. Und das wäre die Aufgabe für die nächste Woche. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Uns ist es eine große Freude. Wir hoffen, Sie liken, Sie teilen und reden mit anderen darüber, kommentieren, geben uns Ideen, was Sie bewegt. Vielleicht haben wir eine Unterscheidung, die Ihnen helfen kann. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal mit den besten Wünschen für Ihr Leben. Ihr Boris Grundl Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal mit den besten Wünschen für Ihr Leben.